berlin berlin wir fahren wir fuhren nach berlin willkommen in der normklötz in scheune mein name ist block sound freunde ich nehme euch heute wirklich mit nach berlin aber auf ketten denn ich stelle euch die neueste limited edition aus dem hause kobe vor die 2577 unseren is 2 aus der serviette union berlin 1945 1177 steinchen in einen pickepacke vollen karton ich bin gespannt welche nummer ich hier bekommen habe bei der limited edition kommt mit mir jetzt auf dem bautisch dann schauen wir uns den inhalt dieses kartons genau an freunde den karton mit sofort aufreißen aber lasst uns kurz über das design sprechen unserer limited edition aus der historische collection world war two ist ja klar wenn wir hier einen is2 besprechen aus berlin 1945 typisch berlin auch hier propagandaspruch berlin bleibt deutsch der damaligen zeit die propagandakompanien waren hier fleißig um hat die volksmoral zu heben trotz dieser ruinen na ja ich wollte damals nicht in der haut eines soldaten eines menschen eines bürgers gesteckt haben wir haben zwei minifiguren einen rotarmisten und eine rotarmistin kann man sagen mit flaggen in der hand wir haben feuer teile wir haben fässer wir haben tschechen igel und sand säcke natürlich den panzer habe ich euch gerade gesagt aber es ist natürlich keine kobe limited edition wenn wir kein stachelrad on top dabei haben so dass von vorne jetzt gucken wir uns das war von hinten an weil da haben wir die hard facts wir sehen das fahrzeug ist 35,5 cm lang und wird 12,5 cm hoch wir können den turm bewegen wir haben hier luken die wir öffnen und natürlich ist das fahrzeug auch fahrbereit und ganz besonders freue ich mich hier auf den chakiv model v2 10 motor den wir zum ersten mal raus bauen können und haben wir natürlich hier auch ein geladertes typen schild das finde ich richtig cool sowie unser schild für das set an sich wir sehen auch hier die dame ist trotz scharfschützengewehr hier ein red army traffic guard also eine verkehrspolitik kann man sagen wir haben hier unseren rotarmisten den tanker den panzer fahrer bzw die panzer besatzung und wir haben hier ein stück berlin was wir uns als kleines mini drama an die ecke stellen können sowie die tschechen igel und die sandsäcke und das von mir erwähnte super zubehör stacheldraht fakten bekommt ihr ja gleich aber ich sage ja der viel größere fakt ist was verwirkt sich hier in diesem 1 zu 28er set ich bin ganz gespannt wir gucken jetzt in den karton liebe freunde ja freunde da ist der inhalt auf den bautisch geschwurbelt von mir die einzige art wo ich schwurbeln mag freunde trommelwirbel die wichtigste frage was habe ich für eine nummer ich kann euch sagen ich war ziemlich langsam ich habe die 178 wird aber noch getauscht mit einem guten freund und dann wird es die nummer 6 h nimm das kobe ja da haben wir unsere beiden gelaserten typen schilder auch da steht die 178 hier unten hat der chef von kobe unterschrieben auf denen ich neidisch bin denn am liebsten würde ich mal solche zertifikate unterschreiben aber ich bin ja noch jung kann ja noch werden wir schauen mal was wir hier haben wir haben hier eine tüte 1 eine tüte 3 sie gibt es also wirklich eine tüte 2 und eine tüte 4 also haben wir hier vier bau abschnittstüten und eine große diener vier anleitung klammer gebunden das gleiche design wie vorne bzw das ganze ruinzeug weg alles empfehlung ab zehn jahren und wir sehen zwei minifiguren auf jeden fall dabei noch mal schön drapiert und hier haben wir mal die fakten noch mal ein kleiner bringt kommt der gleich von mir marsch ab 1 zu 28 wir haben hier auf der ersten seite immer eine legende bei größeren sets auf jeden fall ihr seht ja hier mit tüte 1 fangen wir an die anderen gehen also an die seite die reißen wir aufbauen drauf los der erste schritt ist immer schön farblich während er bei step 2 schon wieder ausgegraut ist und der aktuelle der step 2 farblich ist in diesen rechtecken seht ihr immer was man braucht ansteigen pfeile weisen uns den weg es gibt anlegehilfen bei stangen und bei flatheils und wir sind dann mit bauschrück 155 fertig wenn wir nämlich hier unseren motor zusammen stecken auf die plate auf die geladerte fliese vorne auf den brackets wenn euch teile fehlen freunde könnt ihr kontrollieren sowie gibt es hier auch eine bauern hatte für die mini figuren auf der letzten seite dann hier unten steht dann immer wo ihr die fehlenden teile wenn ihr welche habt auch gleich reklamieren könnt ich hoffe ihr habt sie nicht und dann gibt es immer ein bisschen werbung freunde schaut auf dem ich habe euch das ein oder andere fahrzeug hier schon vorgestellt und auf der rückseite gibt es auch werbung zum beispiel hier das schöne bettel auf aracet habe ich euch auch vorgestellt ja die berühmte spielkarte für das kubi tabletop die werde ich nicht ausschneiden empfehle ich euch auch nicht freunde mein tipp wenn ihr spielen wollt kopiert euch dass die rückseite ist dann ja irgendwie hatte aber ich würde keine anleitung zerschneiden was ich aber zerschneiden werde freunde ist jetzt diese tüte 1 da baue ich dann drauf los ich schnappe mir aber parallel das bücheln hier um euch ein paar fakten rauszusuchen rund um den is 2 deswegen freunde euch viel spaß bei den fakten und mir viel spaß beim bauen speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über den is 2 wenn wir über das kubi set 2577 sprechen der sowjetische is 2 panzer auch bekannt als josef stalin 2 war einer der bemerkenswertsten panzer die während des zweiten weltkriegs entwickelt wurden is steht für josef stalin was auf deutsch halt auch mit josef stalin bezeichnet wird daher gibt es zwei schreibvariante nämlich einmal is 2 oder js 2 mit seiner beeindruckenden kombination aus kraft und zuverlässigkeit und panzerung wurde der is wo zu einer ernst zu nehmenden bedrohung für die deutschen streitkräfte und leistete einen entscheidenden beitrag zum sieg der alliierten die entwicklung des is 2 panzers begann unter den namen is 122 bzw objekt 240 1943 als reaktion auf die erfahrungen der roten armee mit deutschen panzern hier insbesondere den tiger 1 und dem panther die sowjetischen ingenieure strebten nach einem schweren panzer der in der lage war feindliche panzerungen effektiv zu durchdringen und dabei eine hohe überlebensfähigkeit auf dem schlachtfeld zu gewährleisten waren die ersten prototypen wurden im februar 1944 vorgestellt und die serien produktion begann im selben jahr insgesamt wurden während des krieges mehr als 3800 is 2 panzer hergestellt der is so panzer war ein koloss auf dem schlachtfeld er wog rund 46 tonnen und hatte eine besetzung von vier personen angetrieben wurde der panzer von einem leistungsstarken v2 10 diesel motor mit 520 ps der es ihm ermöglichte eine hochgeschwindigkeit von etwa 37 km h zu erreichen und eine reichweite mit zusatztanks von bis zu 240 kilometern die hauptbewaffnung die es wo war die mächtige 122 mm d25 t kanone die ihm in der entwicklung auch den namen is 122 gab diese kanone konnte eine vielzahl von geschossen abfeuern darunter panzerbrechende hochexplosive und sprenggranaten mit ihrer hohen mündungsgeschwindigkeit konnte die kanone die meisten deutschen panzer problemlos durchdringen und dem is so eine entscheidende überlegenheit im kampf verleihen die feuerrate des is so lag aber sehr niedrig bei zwei schuss die minute aufgrund der zwei geteilten munition ebenso nahm die mündungsgeschwindigkeit bei weiten entfernungen ab so dass panzerkampf auf weite entfernungen hier fast unmöglich waren die panzerung des is so war für die damalige zeit beeindruckend die von panzerung betrug bis zu 120 mm was ihm nahezu immun gegen viele deutsche panzer abwehrwaffen machten trotz der starken panzerung war der is 2 immer noch relativ beweglich und konnte erfolgreich in verschiedenen kampf situationen eingesetzt werden der ist wo panzer trat erstmals während der schlacht vom kurs im juli 1943 als ihr 122 in erscheinung dort bewiesse seine fähigkeiten in den folgenden schlachten einschließlich der befreiung von leningrad und der operation bag ration bewährte sich der is 2 erneut als wirkungsvolles und zuverlässiges kriegsgerät nach dem ende des zweiten weltkriegs blieb der is wo noch lange zeit im sowjetischen dienst er wurde auch in den streitkräften anderer länder eingesetzt darunter china ägypten und nordkorea mit der zeit wurde der is wo durch modernere panzer eingesetzt blieb aber bis in die 1970er jahre aktiv und wurde sogar noch in reserve bis 1990 gehalten der is wo panzer war zweifellos ein bemerkenswertes fahrzeug und ein beweis für die ingenieurskunst der sowjetischen rüstungsindustrie seine beeindruckende feuerkraft robuste panzerung und zuverlässigkeit machten ihn zu einer bedrohlichen kraft auf den schlachtfeld sein beitrag zum sieg der alliierten im zweiten weltkrieg und seine lange dienstzeit nach dem krieg sind ein tribut an seine herausragende konstruktion in erinnerung an den is 2 panzer werden die innovativen und technischen errungenschaften dieser beeindruckende fahrzeuge weiterleben und seine rolle in der geschichte des panzerbaus und der kriegsführung sind nicht vergessen ja freunde ein beeindruckendes fahrzeug zu einem kann ich euch jetzt schon mal vorweg den beeindruckenden set einer tolle limited edition weil man hier so viel erzählen kann wir haben noch gar nicht viel über den motor geredet der basierend aus dem motor des t 34 ist und sogar heute noch in verschiedenen modifikationen im t 90 sogar noch in russland eingesetzt wird wir haben noch nicht über die minifiguren gesprochen die sogar hier gerade die dame einen historischen hintergrund hat oder über die schlacht von berlin oder 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 also dieses set von kubi hier bietet für meinen kanal mit historischen hintergrund geschichten wirklich eine ganze menge aber freunde ich kann euch sagen gleich nach dem review wo wir das kubi set ja besprechen gibt es ja immer bei mir die detail fotos und da werde ich noch mal ein paar fakten nachschießen denn gerade hier diese weibliche figur ist sehr interessant denn da gibt es einiges zu erzählen also freunde es lohnt sich heute wirklich hier bei jeder sekunde dieses videos dran zu bleiben und zuzuhören wenn ihr geschichtlich interessiert seid und ich muss sagen kubi chapeau dass ihr dieses set hier so euch ausgewählt hat denn ich mag es hier wirklich fast jeden einzelnen stein zu besprechen weil es einfach geschichten gibt und ihr wisst ja mein motto ist ja jedes hättet eine geschichte und ich erzähle sie euch das war's bis hierhin jetzt viel spaß beim klemperstein review und danach noch einmal zu den fakten rund um die minifiguren und den motor drei stunden 30 habe ich gebraucht es war nicht nur purer bauspaß aber trotzdem lehne ich mich weit aus dem fenster hinaus und sage das ist einer der schönsten panzer die ich je aus dem hause kubi gebaut habe er hat spaß gemacht er sieht gut aus wie gesagt nicht einfach zu bauen trotzdem das gesamtergebnis kommt wirklich gut daher ich muss auch sagen dass ich persönlich meine meinung hier der dahinter der kamera ist der sagt euch ich finde 75 euro für diese limited edition mit dem was wir bekommen gehe ich voll mit d'accord ich habe mir sogar bei einem guten freund hier die kleine ruine noch mal bestellt er hat sich auch die limited edition gekauft ich darf seine haben gegen kohle natürlich weil ich es einfach so cool finde wenn ihr auch solche freunde kennenlernen wollt freunde einfach unten auf dem discord link klicken und unsere community joinen da hören wir uns auch sogar mal im talk und sehen uns vielleicht sogar ja aber zurück zum set wir haben hier wirklich tolle sachen der motor die minifiguren wo ich mich wirklich besonders freue historisch toller hintergrund die dame hier hört ihr gleich tschechen eagle und so weiter und so fort und wir haben sogar neue steine damit fangen wir vielleicht sogar mal an ich habe ich hier beim bauen ein stein gefunden ich zeige noch in der anleitung den ich meine ich so vorher noch gar nicht gesehen hatte und zwar den bracket hier mit noppen oben und an der seite was ziemlich lustig ist ist dass er oben hier geschlossen aussieht in echt aber eigentlich oben offen ist diesen stein meine ich habe ich noch nie gesehen bei kobe auf jeden fall nicht in der farbe was ich euch gesagt habe der turm ist so eine art bracket vernichtungsmaschine wir bauen wirklich so viele brackets also ich blätter mal kurz noch mal rein um euch was zu zeigen weil das hier ist ein bauschritt der wanne aber ihr seht schon hier wie viele brackets da verbaut sind da 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 geht es weiter also wirklich interessante bau technik ja das zertifikat habe ich euch schon gesagt geht an die seite wird noch ausgetauscht gegen die sechs finde ich voll cool danke an die community dass es da so nette menschen gibt steine haben wir eine menge über ein paar ein paar große kettenelemente ein einmal zweier den wettig habe ich irgendwo vergessen einzubauen und dann viele kleine sachen wie hier die lichter der scheinwerfer und diese kleinen felgen noppen zeige ich euch gleich noch die fand ich nämlich auch eigentlich gar nicht so gut bolzen und natürlich bügelpern kann man hier genug haben und sogar ein fenster hier finde ich richtig gut hier mit diesen aussparen an den seiten dass er sogar seitlich an den noppen schieben könnt ja sandsäcke gehören dazu wenn man genug hat hat man eine schöne sandsack stellung in der limited edition liegen ja auch immer ein paar dabei hier haben wir eins geschlossenen oben ein glatten und zwei mit noppen dann haben wir zwei fässer eins offen hier und eins geschlossen mit deckel ganz cool für so kleine szenerien dann haben wir hier feuer auf so einen trends clear red red plate red teil mit nateil nicht plate mit noppen halt da seht ihr es hier in orange und dunkel orange rot würde ich nicht gar nicht so richtig nennen ist aber ganz cool um vorher zu machen oder darzustellen dann natürlich obligatorisch stacheldraht muss sein wir reden ja über eine limited edition sowie und die finde ich ziemlich cool die tschechen igel hier auch brackets verbaut damit wir hier diese ja bauform hinbekommen da seht ihr ihn beziehungsweise ist es ein bracket ist ein 1 1 mit noppen an der seite ich glaube es ist dann ein haus ist ein blick modified man kann gar nicht vom bracket so richtig reden schön auch hier diese schmalen kobe fliesen richtig cool haben wir drei stück davon tschechen igel sind wir leider auch immer noch heute in mode ja ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll der panzer die figuren oder der motor fangen wir vielleicht mit dem kleinen diorama an denn das finde ich richtig cool das habe ich mir habe ich ja gerade gesagt noch mal bestellt beim guten freund der seine tüte 4 nicht geöffnet hat über den discord richtig cool ja wir haben die dame geht an die seite wir haben hier unser ruin stück mit unten kellerfenster berlin bleibt deutsch mit einer laterne mit spitze irgendwie ist die zu kurz geraten für die laterne aber wir haben ja diese schönen kaputten steine von kobe wir haben diese fensterelemente und wir haben hier auch noch teils mit crutch mit mit rissen drin mit kaputte fliesen kaputte platten boden belags platten ich finde das einfach nur cool passt ganz gut könnt ihr daran erinnern vielleicht ich habe euch ja schon mal den jagdpanzer 38 t vorgestellt den hebzern da hatten wir auch eine kleine ruinen szenerie dabei battle of auras da hatten wir auch kleine ruinen zähne dabei ich mag das wenn kobe so was dabei packt denn ich baue auch am liebsten wenn ich mocke ruinen damit es ein bisschen passt zu meinen sachen die hier euch bei kobe vorstelle ja figur kommt später schauen wir uns das schild an was wir haben das gelaserte was uns zeigt dass wir hier auch das hat 2577 bauen nämlich den is2 berlin april 1945 nummer 78 das steht auch genauso auf meinen zertifikat wobei mit april gehe ich nicht ganz d'accord kommen wir gleich dazu wenn wir mit den figürchen uns beschäftigen dann haben wir hier den coolen motor den shark hilf model v 21 10 den dieselsauger v motor 60 grad bank wickeln kann ich euch sagen und dhc ventil steuerung hubraum 38,8 mal 80 liter bei ein gewicht von 950 kilogramm und dieser motor und deswegen finde ich es ganz cool ist der urvater eigentlich aller russischen panzermotoren selbst im t 90 wird er noch eingebaut da hat er allerdings 1120 ps ich meine dass nur im t 64 und t 80 glaube ich andere motoren verbaut sind zum beispiel glaube ich die gasturbine aber sonst basieren alle russischen panzermotoren auf diesen motor wobei die neueren keine reihen dieselmotoren mehr sind sondern sogenannte vielstoffmotoren und ich muss sagen ich finde diesen motor richtig gut gelungen die lackierung wenn man bei wikipedia guckt zum beispiel da seht ihr diesen motor den es wirklich seit 1939 gibt und angefangen verbaut wurde im bt 7m den kennt ihr bestimmt wenn der warthander spielt also in einer der ersten russischen panzer richtig cool auch schön gebaut wir haben auch hier graue antriebsräder er ist ein bisserl ja hier ist ein bisschen labberig und so also erst ein bisschen fragil also hier vorne auf jeden fall sonst cool gebaut hat auch spaß gemacht mit diesen tubes das bin ich da kein freund von aber hier ging es einfach weil wir diese einmal einsam mit stab raus hatten oder halt auch wie hier viele sie claims der bau dieses motors hat echt spaß gemacht und das coole ist er wird ja aufgenommen hier unten auf einer noppe auf dieser diesen stand fuß mit diesen gelaterten typen schild wir können den motor natürlich auch gleich in den panzer einbauen und das geht sogar ganz ganz einfach deswegen lege ich mal hier an die seite lege auch hier die plate an die seite kommen wir zu den figuren wir haben hier unseren rotarm ist unseren fahrzeugführer unseren panzer führer hoch dekoriert schön bedruckt ihr seht den rechts gleich noch mal in groß wir haben die rückseite auch schön bedruckt hier mit den gurten und den verknitterten uniformhemd und hier wie gesagt die vielen orden und er ist etwas schmal lippig aber absolutes highlight ist hier diese minifigur über die werden wir auch gleich reden wenn es detail fotos gibt denn das hier ist eine interessante geschichte unsere regulatorin so nenne ich sie mal warum weshalb wieso sehen wir gleich wir haben hier eine rote fahne die hält nicht gut in der hand die laberten bitte welches umdrehen würde würde sie rausfallen und eine gelbe fahne die hält gut in der hand wir haben einen viel zu großen gurt für die minifigur für das gewehr warum dieses scharf schützengewehr klären wir auch gleich wenn man die detail fotos anschauen und die fakten zu dieser dame bekommt ihr bekommt sogar ein original historisches interview dieser dame in deutsch übersetzt extra für euch das habe ich gemacht wirklich interessant bleibt also dran wir haben also hier ein barett mit rotem kreuz wir haben diesen viel zu großen gurt einfach weil der halt für die kubi typischen männlichen minifiguren ist ich nehme mir jetzt mal kurz ihren hut ab wir sehen wir haben hier ein bolzen reingemacht damit welche überhaupt diesen hut drauf machen können wir legen das gewehr zur seite ganz normal diese musik nagant scharfschützengewehr geschichte die kennen wir wir haben dann hier die dame und ich glaube sie ist nicht böse wenn ich in rock ausziehe weil das ist immer ein bisschen komisch aus wir haben halt hier die männlichen beine dann diesen stab dann diesen quick die quick die plastik rock und dann dieses weibliche oberkörper teil und dann diese schuhe mit diesen beinen sieht immer ein tucken ja plump aus trotzdem die uniform sehr cool sie hat auch hier abzeichen und da das p für regulatorin das p kommt vom kurillischen alphabet ich bin ja nicht gut drin aber wie gesagt hört euch gleich die geschichte an aber wo geschichte kommen wir jetzt aber natürlich zu unserem hauptdarsteller zum josef stalin 2 des siebten gardepanzerregiments die berlin gestürmt haben die in der schlacht von berlin dabei waren es gibt viele fotos dieses fahrzeuges vor dem brandenburger tor oder vor dem reichstag nicht wundern diese weiße turm bemalung war keine sieges bemalung sondern das waren abgestimmte abzeichen mit den alliierten in westalliierten zwecksbombardierung und sowas und beschuss dass es sich hier halt um einheiten der roten armee handelt 433 gibt viele fotos und ganz cool und typisches zeichen würde siebte siebte panzer garderegiment ist dieser weiße bär unter dem roten stern wir haben viele drucke das sind also nicht die einzigen dieser dieser bär sondern wir haben natürlich hier die 433 wir haben hier angedeutete klammern wir haben hier lüftungsschlitze bedruckt wir haben hier sachen bedruckt wir haben die ganze heckpartie bedruckt wir haben hier an der seite eine säge angedeutet dieser stumpf ist egal haben vielleicht viel gesägt diesen baumstumpf zum beispiel der aussieht wie eine dublo längste praline der welt ihr wisst was ich meine dann auch hier wieder die drucke da der eisbär wir haben hier oben drucke das kennen wir ja schon bei moderneren panzer bei kobe und wir haben hier vorne auch einmal diesen see schlitz bedruckt hier um dieses schild und auch hier diese 433 sowie eine art metallblende mit bolzen also wir haben hier viele viele drucke und ich zeige euch die panzer einmal so große kanone 120 mm habt ihr bei den fakten gelesen und auch gerade gehört von vorne sieht er sehr gut aus mir gefällt die konstruktion hier sehr gut auch wenn sie zu spaltmaßen führt ein bisserl weil wir haben hier mit hinges gearbeitet die wir dann hier unten da in dieser hinge plate sind von unten zwei bolzen diese ganz normalen kleinen kubi bolzen sich durch bei der dame auf dem kopf gezeigt habe die einfach nur hier quasi in diese kante greifen und dann wird es überbaut und schon hält diese hinge schaut euch das mal an bitte im speed bild bei der wenn ich das baue richtig cool was ich nicht so gut finde ist diese kleine radkappe ich hier die wir in die räder drücken habe ich nämlich vergessen habt ihr vielleicht gesehen muss ich dann danach machen das gefällt mir gar nicht sonst aber ziemlich cool dieses fahrwerk was fast so aussieht er wenn es wirklich gefedert wäre hier mit diesen tubes mit dieses sie claims und diesen kleinen rädern die wir von den 148 panzer kennen richtig geiles fahrwerk und es fährt auch richtig gut also obwohl es so klobig kantig aussieht und ja so aussieht wie ja das ist so typische kobe bauform nee wir haben ja auch hier drunter ziemlich viele viele kleine bauschritte damit wir hier dann auch dieses feder gefederte fahrwerk hinbekommen von hinten auch sehr schön hier mit hinge gelöst ihr seht schon hier zack zack wir haben sogar hier eine stütze für das rohr wenn das fahrzeug in marsch bereitschaft ist und wir haben hier zwei schläuche sowie hier auch noch mal ein großes ketten element hier wagenheber schaufel und natürlich highlight der turm hier mit einer klappe um minifiguren rein zu machen auch bedruckt und hier noch mal eine klappe auch um eine minifigur rein zu stellen da seht ihr es hier auch mit sondern ein bracket wie gesagt habe sehr sehr viele verbaut ich muss sagen der bau hat spaß gemacht aber ich habe euch gesagt der turm ihr seht ziemlich viele steine verbaut er wird ein bisserl und rund hier sieht man wenig weiß da drüben sieht man mehr weiß hier ist so eine kante die offen ist da ist es wieder geschlossen trotzdem wirkt dieses fahrzeug optisch richtig gut wie aus dem all gegossen kommt im original sehr nahe und dann dieses maschinengewehr zur turmverteidigung aber ich glaube eher zur verteidigung oder zum entstand halten ab in schuss halten im massen sind des wortes der nachrückenden truppen dass sie auch wirklich mitkommenden sonst kriegen sie blei um die ohren also wirklich interessante technik wie die russen hier an oder die sowjetunion damals an den tag gelegt hat aber jetzt kommen wir zum kleinen highlight ich habe es euch gesagt nämlich hier ihr seht es schon das ist eine klappe für den motor die wir einfach öffnen können sieht sehr leer aus aber trotzdem auch cool dass wir hier raus stehende platten haben wir haben mich hier quasi anschlüsse für den motor und bei der klappe haben wir hier auch noch mal eine kleine wartungsklappe die wir aufmachen können aber ich habe es euch gesagt highlight ist dass wir hier wirklich den motor schön versenken können hier ist die offene noppe die drücken wir einfach hier unten auf diese jumper plate diese zweimal zweier müssen müssen das schräg machen jetzt muss ich es noch nur finden zack habe ich aber guck mal wie einfach das geht und der motor sitzt da drin als wenn er nie hätte rauskommen wollen bei t beim t55 zum beispiel ist ja sogar quer eingebaut aber das ist nur eine andere geschichte technisch hat nichts mit dem kobe zu tun so und dann die klappe geht auch ganz simpel drauf da haben wir die noppe so sagt und das war es wieder ich möchte euch noch einen rolltest geben der gehört mich irgendwie dazu also rollt richtig gut aber bei fahrzeugen mit den großen ketten ist das ja eigentlich kein problem also optisch richtig cooles fahrzeug mir gefällt optisch weil er so nah an das original herankommt richtig gut ich würde sogar sagen von meinen cubipanzern die ich habe ist vielleicht nur der pershing besser und dann kommt vielleicht erst nachdem der jagdpanther der aktuelle und das stück das ist meine meinung schreibt mir eure meinung gerne mal unten in die kommentare leicht gerne das video und schreibt ruhig mal rein das wievielte like ihr seid wird mich echt mal interessieren einfach reinschreiben wenn ihr der 17 like seit wird mich echt freuen wirklich wirklich weil ich mich auch über dieses set zu freuen freunde ich freue mich aber jetzt wirklich euch detail fotos zu geben und vor allen dingen das interview mit dieser damen und das kann ich euch sagen eigentlich sind sogar zwei damen dass euch noch hinten ran zu schneiden es wird ein etwas längeres review hier aber es hat halt tolle historische hintergründe es hat mir spaß gemacht zu klemmen und es hat mir auch spaß gemacht für euch diese fakten raus zu suchen also viel spaß ist bei den detailbildern und beim interview und dann sehen wir zum abschluss noch einmal in die augen meine lieben freunde wie versprochen an dieser stelle einige detailbilder damit ihr euch selber eindrücke machen können vom kobe set 2577 der limited edition berlin 45 mit den vielen details und über die müssen wir sprechen dem kobe set 2577 denn ich habe es euch gerade schon beim review gesagt hier liegt ja eine weibliche figur bei eine ich habe sie salopp gesagt verkehrspolizistin richtig ist aber eine regulatorin aus der roten armee von der roten armee deswegen auch das p auf dem arm da steht für regulatorin ich bin nicht gut im russisch ich kenne das kurillische alphabet nicht aber das p steht für regulatorin wir sprechen hier wahrscheinlich von zwei historischen vorbildern nämlich einmal maria limanskaya und wahrscheinlich hier am ersten zutreffend lydia spiwak beide standen kurz nach der schlacht um berlin vor beziehungsweise hinter dem brandenburger tor und regelten dem verkehr diese frauen waren reguläre soldaten in der roten armee das gab es öfter dass frauen den verkehr leiteten beziehungsweise regulierten generell waren frauen in der roten armee ja keine seltenheit sie gab es als piloten sie gab es bei den kampftruppen zum beispiel bei der artillerie oder sogar in panzern diese beiden damen lenken den verkehr wie gesagt kurz nach der schlacht von berlin es war auch kein einfacher job denn diese regulatorinnen oder regulatorin gab es auch als männer sind meistens sogar während den schlachten eingesetzt worden um halt immer stetig nachschub und die truppen an die front bringen zu können ausgerüstet waren die entweder mit weiß roten oder gelb roten fahnen deswegen passt das ganz gut und die liebe lydia spiwak wollte scharfschützen werden und deswegen passt auch diese scharfschützengewehr ganz gut an dieser person an dieser figur die kubi hier mitgebracht hat lustigerweise kommt die dame oder kam die dame sie ist leider schon verstorben gebürtig aus der ukraine also historisch wahrscheinlich ist diese abbildung der regulatorin super korrekt zwei frauen haben am brandenburger tor gestanden sie hatten sogar einige interviews zu führen mit propagandatruppen der roten armee aber zum beispiel die maria hat ein interview mit vincent churchill geführt der nämlich am brandenburger tor vorbeigefahren ist später unter angehalten ist und mit ihr kurz geredet und die lydia spiwak hat ein ganz berühmtes interview geführt was ich euch hier im anschluss noch einmal ranschneiden werde es ist von mark felton productions die kennt ihr vielleicht den lieben herrn aus england wirklich ein cooles interview hört es euch an also kubi hier historisch par excellence mal wirklich richtig cool auch diese damen zu würdigen und es hat auch sehr lustig dass halt die frau spiwak aus der ukraine kam so viel zum thema des im hintergrund schwellenden konfliktes ja gerade russland ukraine damals alles noch als ods ist er so jetzt freunde aber viel spaß beim kleinen kurzen interview der dame die damals so um die 20 gewesen sein muss und danach schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen ja freunde da geht ein video zu ende war schon über 30 minuten dauert aber wir haben hier auch eine pickepacke volle limited edition mit unseren is 2 und diese historischen fakten die sind diesmal zucker deswegen kobi dankeschön dass wir hier diese mini figur habe unsere weiblichen mit diesen zwei historischen vorbildern absolut klasse das gleiche mit dem motor die ruine und diesen panzer und wenn ich nicht schon so oft dieses jahr gesagt hätte das ist das beste kubi seit dieses jahres dann wäre das hier auch vielleicht ein anwärter für das beste kubi seit dieses jahres steht für mich auf jeden fall vor jagd panther und vor stück bei der b 52 da weiß noch nicht genau also ein tolles panzer hin zum thema panzer freunde als lokal patriot kann ich euch hier nur die bücher aus dem motorbuch verlag ans herz legen wenn ihr mal nachgucken wollt die kommen hier aus stuttgart verlinke ich euch unten unterhalb der video beschreibung denn da schaue ich gerne rein das hier ist wirklich cool recherchierter kram hier von herrn andreas lüdecke geht es um die russischen panzer von 1917 bis 1945 da habe ich auch die fakten vom is2 raus richtig cool und dann noch der hinweis es gibt ja hier noch eine normale version die wir dann als drei in eins bauen können also eigentlich haben wir hier trotzdem eine limited edition unseres is2 die version kommt nämlich wahlweise mit tschechischen russischen oder polnischen bildern fließend ihr könnt das fahrzeug also in einen dieser version bauen aus einem der drei länder alle infos zu diesem fahrzeug packe ich euch auch unten in die video beschreibung und wahrscheinlich werde ich euch auch hier noch mal vorstellen denn der josef stadien 2 gefällt mir richtig gut da können wir mal vergleichen optisch welcher uns besser gefällt der der roten armee oder vielleicht der aus tschechien vielleicht bei euch den dann also wie gesagt alle infos zur limited edition und zur 3 in 1 findet ihr alles unten in der video beschreibung sowie natürlich bezugsquellen freunde ich würde mich über einen tollen kommentar zum video lassen die könnte auch einen schlechten kommentar schreiben schreibt so wie ihr es fühlt lasst mal ein like da und vielleicht schreibt ihr machen die kommentare der wievielte like seid ihr würd mich echt freuen ein bisschen den spaß mit euch zu machen damit die reise hier weiter geht support ist kein mod und ihr wisst ja bei mir gibt es leidenschaftliche reviews klickgeile reviews gibt es woanders bei mir gibt es halt die geschichtlichen fakten und den spaß an der freund der klember steine in diesem sinne freunde entlasse ich euch jetzt in die schönen temperaturen eine gute fahrt denn wir haben ja hier ein fahrzeug auf wieder bauen euer freund der block star ein